Hey Leute, ich bin der Norman von Ersehen. Drei Jahre sind seit unserem letzten Album Mutter der Erde ins Land gezogen. Wir haben hart an uns gearbeitet, viel geübt, unglaublich schöne Konzerte gespielt und jetzt ist die Zeit gekommen, ein neues Album mit 13 brandneuen Songs auf die Welt loszulassen. Und mit deiner Hilfe wollen wir ein neues Kapitel unserer Bandgeschichte aufschlagen. Hey Leute, ich bin Selly von Ersehen. Um unser Projekt realisieren zu können, brauchen wir 3.333 Euro. Wir waren bereits im Studio und haben unser Bandkonto komplett geplündert und brauchen daher deine Unterstützung, um das Mixing, Mastering, das Pressen und die Musikvideos stemmen zu können. Und warum das neue Album perfekt zu dir passt, verraten wir jetzt. Hey, ich bin Vendes von Ersehen und du stehst auf Double Bass Gewitter im Stil von Mode mit, dann ist das Album für dich. Hey, ich bin Arm von Ersehen. Wenn Gitarrensoli wieder Mainstream werden, dann würdest du wieder Radio hören, dann ist das Album für dich. Hi, ich bin Gitarrensoli von Ersehen und du stehst auf richtig massigen Sound, dann ist das Album für dich. Und weil wir so einen wunderschönen Dachstaden haben, haben wir die abgefahrensten Dankeschön für dich vorbereitet. Zum Beispiel massives Brusttraining mit Gille, Sushi-Wettessen mit Arm, die Kochbus mit Dennis, eine kleine Motorradtour mit Sally oder natürlich für die ganz harten Reifenwechsel-Worship mit mir. Wenn dir das gefällt, dann geh auf unsere Startnext-Seite und guck dir an, was wir noch so tolles für dich haben. Und vergiss nicht, dein ist unser ganzes Herz!